Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Aram spricht Twitch. Mit dabei sind der Adrian und der Can und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. Eine Stoffrüstung. Und als Sunfire Eis brauchen gehst, dann machen die alle keinen Schaden mehr. Okay. Ich sag ja nur also. Ne, ich hab's gemacht. Okay. Ja, aber so hätte ich mir ein bisschen sustainen. Ich bin Sona. Nope. Einnehmen. Geht noch nicht. Erst wenn dieser Kreis da drauf ist. 10 Gold. Yay. 10 Gold. Yay. Ich hab den Fight initialisiert. Fight for your life, sexy boys. Haha. Schaut, ob man nichts tot gekriegt. Ne, sie hat mir Flashes gehealt. Oh, da sind auch viele Flashes geflogen. Oh, kommt da raus. Traut euch. Oh, komm da raus. Traut euch. Der Insect. Also wenn die uns einmal acen, ist das Game vorbei. Die können so schnell pushen mit drei ADCs. Und mit einem Gründermeer. Das wird ja wohl der Killer. Stirb. Ich glaube, wir haben insgesamt mehr Schaden durch die Tower genommen, als durch die Leute da. Ich habe Dampfe für die 10 Gold. Oh, der ist Kumpel. Ja, definitiv. War knapp, Alter. Na, ach komm, da kommt der Seal Pack in der Sekunde ab. Ich bin verarschend. Ich hätte ihn vielleicht immer getötetet. Der kommt da genau in der Sekunde das Seal Pack ab. Ey, komm schon. Please, Rito. No luck. Er war luck mit. Gestorben ist er jetzt. Aber nicht durch mich halt. Gold hätte ich schon gerne gehabt. Ich habe noch nicht meinen Assist. Ich auch nicht. Renn, du Ratte, renn. Nein. Das war nicht falsch. Oh, verdammt. Immer so knapp, ey. Never lucky, ehrlich. Never lucky. Skar, skar, skarna. In the house. In the house. In the house. Ab Level 6 machst du den Ferrari. So, da haben wir unser Level 6. Noch nicht. Direkt erst mal die olle Schnalle albiert. Die Dukes. Die Dukes. Die Dukes. Wow. Ich dachte, der D-B blockt. Der D-B blockt noch härter. Das war nicht so. Jawoll. Die Dukes hat nach den D-B blockt. Spüre meinen Stachel. Das sagst du denn da ohne noch immer, oder? Ja. Ich lebe sie auch so gespät. War schon wenig Damage. Ey, Jeans macht aber auch gut Damage. Ja, aber sie magst die weh. Ja. Diese ganzen Slows. Die Jinx mich auch jedes Mal mit dem Ding trifft. Ich bin wieder Leverlucky. Ich hätte die meiste Zeit auch gezogen. Boah, Leute. Sebastian Vettel braucht Heal. Ich war unsichtbar. Ich war unsichtbar. Ja, bisschen Mana. Ich hab meine Ulti wieder. Irgendwer wird jetzt geraped. Alles klar. Oh, die stirbt. Stirb! Ich stelle mich nicht als Lügner da. Sollten schon sagen. Schnellballkill. Easy. Schnellballkill ist das natürlich. Jupp. Hauptsache, die kriegen's nicht. Ja. Alle Geiern rauf. 3800 Gold. Löscht er dir. Boah. 5-0, da erwarte ich das auch. Boah, jetzt mit Ult, ey. Die würden alle sterben. Nein. Stirbst du noch an meinem Gift? Ja. Ganz brav. Dings. Oho. Hat nicht gereicht. Willkommen. Ach komm. Das bisschen Gold warte ich noch. Boah. Alter, was? Was? Was werde ich denn da weggefetzt? Rice? Nicht mehr Damage. So. Jetzt warte mal ab, was von mir gleich für ein Damage kommt, wenn ich jetzt wiederkomme. Okay. Der hat mir in einer roter 600 Damage gemacht. Holy fuck. Rice, alter. Der Typ ist nie geworben. Und da warte ich, muss ich damit erreichen. Nein. Das war's. Ich habe's. Ich mache es so. verkaufen. weil dann all das ja der die Style beim Tower da könnte ich mein Porno draus machen Layers 1, 2 Aber sie hat's geschildert Fuck, ich hab mir nur in die Shit reingehauen Felt gleich halt, ne? Hier kommt gleich weiter No Hallo Ne, mein Kind Boah, das war auch ein KS, ey Ich spüre meine Stachel Boah So Jetzt holen wir noch mal einen schönen Fanta und dann ist das Game beendet Das wird halt noch zehnmal schlimmer, wenn ich jetzt base game würde Ich hab... Oh, oh, der holt mich mehr ab Oh, was war das denn? Jinks Ultra Ja Kommt, lass uns ein bisschen Heal einsammeln Da können wir eh nichts machen da vorne Also die AD-Carrys one shot ich mehr oder weniger Hehehe Hehehe So... Boah... Kommt der ja... Hehehe... Toll und ich komm gar nicht hinterher... Ich hab was Ich hab was... Mist Der Ferrari hat was zum Spielen mitgebracht Gut, jetzt bin ich auch nochmal herangekommen Tschakabum, tschakabum Tschakabum, tschakabum Boah... Ah... Boah, wie mies Wie gemein Haben's mich nochmal gekriegt Der ist die NOO NOO Er geht ja NOO NOOOO NOOOO NOO NOOOO so kommt er doch noch eine chance für ein pender nur blöd wenn er drinnen auf mich geht der killt mich halt in der zeit immerhin drei vier vier rolle es waren hier dass es mit dem gift nicht geklappt hätte ja ich habe ich habe einen auto technisch gemacht damit er eigentlich nur gedroppt wird und vielleicht auch durchs gift stirbt aber wie ich gesagt habe der drinnen da dann komm lass mal extra typen gehen ich will noch nichts mehr finden ja machen die minions aber oder wo minions so ich hab noch 30 sekunden bis zur erneuten ult macht einen schaden auf den leuten ja mann aber der doch rabadons ich hätte auch so gern schon rabadons weil ich habe mir ludens und morello zuerst gekauft zum maler weg nehmt euren rami mit warum bin ich so lammarschig ich hab doch nichts ich bin so schnell weil ich skana bin weil ich skana bin weil ich ein mädchen bin weil ich ein mädchen bin ich ziehe den skana gleich raus wenn er ein bisschen kommt das war jetzt nicht so schwer aber ich hoffe euch hat das game ein wenig gefallen und wenn ja schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer ram